Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem sich reibenden Let's Play Together und zwar das Let's Play Together von Nether, der vierte Part. Vorher noch ein paar Sicherheitshinweise. Wenn dies das erste Video ist, was ihr von mir seht, dann schaut euch doch bitte noch ein normales Let's Play an, denn in normalen Let's Plays bin ich immer anders als in Let's Play Together. Vortkargestellen könnten auftreten, denn der Herr war mal wieder zu faul, ein paar Stellen rauszuschneiden und außerdem wollte der Herr euch auch nichts vorenthalten. Halten Sie bitte unter keinen Umständen während der Fahrt Ihre Hände aus dem Fahrzeug und kotzen es auf der Fahrt verboten. Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie in der Arzt oder Apotheker. Ich bin jetzt wieder... Oh Gott, hier ist ein Monster. Tot. Komm da hin, wo du gestorben bist, bitte. Julian! Ich kämpfe gerade noch. Oh Gott. Stell dich an die Wand. Ich will nicht. Ich gucke eben auf die Karte. Ich will nicht mehr. Ich will sie sehen. Ich habe nur noch vier Leben, verdammt. Das schaffst du eh nicht mehr. Ich kack dir auf die Glatt. Ich schaff das. Wie wirst, wenn wir alle erstmal Hallo sagen? Heil. Hallo. Hallo. Da seid ihr ja, Peter. Was habt ihr so gemacht? Ich schieße mich an den Arsch. Äh, Po. Mexiko. Was zur Hölle? Sag mal, bin ich der Einzige, bei dem die Framerate sowas von im Keller ist? Nein. Wie geht's eigentlich? Bei mir ist sie immer so. Bei mir ist sie jetzt auf 30 und ansonsten hänge ich immer auf... Ich fange mir einen ab. Ruckel, ruckel, rabbel ich mir einen ab. Kams, rennt zu mir. Ich habe doch noch vier Munitionen schluss. Kannst nicht. Hier sind überall Gegner. Ihr rennt aber schon die Straße hoch, ne? Nee. Wir rennen Richtung Safe House. Warum das denn? Ja, weil ich Medipack brauche. Wie öffnet ihn auch? Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich habe einen Medipack. Ich habe nur verdammt nur vier Leben. Du hast Medipack, dann komm zu uns. Das probieren wir doch die ganze Zeit. Aua. Nein. Ich habe... Rennt in der Richtung. Ähm. Ich bin gerade automatisch nach vorne gegangen. Das ist auch toll. Komm mit, komm mit dann. Ey, dann rennen wir jetzt zu euch. Meine Sachen sind aber noch dahinten. Scheiß auf meine Sachen. Komm mit. Ihr seid ja auch lustig. Dann warum kommst du nicht zu uns? Ich warte hier die ganze... Ich habe irgendwie 15 Minuten hinter dem Auto da gewartet, während die Typen da vor mir rumrasen, dass ihr jetzt irgendwie ein Flankenmanöver startet. Und wenn man sagt, ja, wir sind da hinten irgendwo und renn zum Nether Search. Ach, das ist ja toll. Und wir rennen irgendwo zu riechen. Und ich stehe da voller Angst mit meiner Pistole. Wir rennen jetzt die Straße hoch da, zwischen Old und Burnham, aber oh Gott. Da ist eine gelbe Tankstelle. Gott, schieß. Ja genau, genau bei der gelben Tankstelle. Da sind wir gerade. Da vorne ist noch einer. Zwei Stück. Wir sind gerade in ein Gebäude rein. Oh Gott, wer schießt da? Ich? Da hinten sind sie, da hinten sind sie. Wer hat gerade geschossen? Ich. Komm mit. Hey, wir sehen euch. Dreht euch mal um. Juhu. Komm her, schnell, schnell. Ich brauche einen Medi-Pack, verdammt. Ich habe noch ein Leben. Küsst euch. Wieso brauchst du denn so schnell einen Medi-Pack? Weil ich einfach nur ein Leben habe. Ein Leben? Ja. Ich habe da, anstatt wo die Tosen steht, habe ich nur eins. Jetzt gib ihm das Leben. Was wollt ihr? Gib ihm das Leben. Ich habe das Leben. Wo bist du? Nein, les. Da ist er. Ja, hier. Stadion. Ach, schnell, Medi-Pack. Das ist gerade wie in time. Das ist schon mal geil. Das ist das letzte, was ich an Medi-Packs habe. Klaus. Los, Klaus. Du, leuchtst Lampen. Mach mir hier so ein Picknick auf der Straße. Raucht jemand? Hier. Ihr Schlampen. Ich habe dir was zum Rauchen. Ach so, hier. Komm mal her. Kams. Ja. Okay. Geil. Geil. Die war von dir. Die war von dir. Ogasmus. Ogasmus. Hat überhaupt einer von euch 9mm Munition? Ne. 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 9mm, 9mm, wer braucht sie? Ich glaub Julian braucht die, ne? Ich brauch die auch, ich hab die gleiche Waffe Julian Julian verschwend die vorsichtig, ne? Also wenn diese Viecher einzeln kommen, dann hau die Wenn die in Massen kommen Wollen wir nicht zur Safe Zone rennen? Dann ballern wir erst drauf Da sind wir safe, da können wir handeln Ich hab Geld, da kann ich mal ein bisschen was Medipacks und so holen Ich will aber nicht handeln War schon einer in der Tanke? Ja, ganz oft Alter Er hat geschossen Mir ist mein Finger ausgerutscht Alter Meine Fresse Das ging so knapp vorbei, ne? Lass mal hier links rum Was macht die denn da? Eventuell Die gleiche Tür rennen Eventuell könnten wir nach oben rennen Lass mal nach oben auf das Ding drauf Auf die Brücke Da stehen bestimmt alle Das ist immer so typisch Wazi mäßig Da ist irgendwas runtergefallen, ey Warum sind wir nur 3? Weil Julian in der Tür festgepackt ist Stimmt doch gar nicht Was glaub hast du, hast du gelernt? Hast du nicht gelernt, oder war ich? Ich hol gleich Angelo Merte Angelo? Ich hab ein Freundeslisse, der heißt Angelo Merte Style Ich glaube hier unten Auf der Brücke können wir tatsächlich noch irgendwie Loot finden Weil ich glaub nicht, dass so viele so dämlich sind hier rumzulaufen Aber wir sind's Alter, wie sollen wir denn hier runter? Ja runterjumpen, ne? Wie wär's? Warte mal bevor wir da hinten einfach über den Zaun jumpen Wo seid ihr schon wieder hin? Auf der Brücke Ähm Ich hol schon mal die Axt raus, ne? Immer so Wir sind hier den Weg hoch, um auf die Brücke zu kommen Ja, da bin ich auch grad Äh Nein, 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 nein Nein! Alter, ich bin... Mich hat irgendeiner von euch runtergeschubst Ich hab 35 Leben Äh Wow Oh oh Komm her du... Komm her du... Hat irgendeiner irgendwas von... Äh... Hat irgendeiner was von euch zu heilen? Nö, hast du mir grad irgendwie gegeben dein Medi-Pack Ich hab 35 Leben Wer von euch hat mich runtergeschubst? Ich hab da eben nur eins, beschwere dich nicht Wer hat mich runtergeschubst? Ich bin trotzdem One-Hit, das hilft mir nichts Du 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 Wo gehen wir denn jetzt hin? Die Brücke ist komplett voll mit Viechern Ich würd mal sagen... Schnitzeljagd Kiko, ich kann dir auch einfach ganz kurz... Warm, warm, warm Was? Wie wärs mit nein? Apropos André ist weg, ist das einem aufgefallen? Wieso ist es denn, wenn du zu dritt? Dahinten ist doch der... Da oben Jetzt bin ich runtergeflogen, aua Schieß ihn ab! Er ist ein Feind! Sicher, ich geb dir gleich W-Wat wer ist denn jetzt? Wo ist der denn jetzt? Jetzt ohne Scheiß, wo ist denn der? Verwirrung, Verwirrung Wir machen uns Verwirrung Ist der überhaupt noch... Im Gespräch? Nee, anders ist nicht beim Spielen, hab ich gerade auch gesehen Ist der überhaupt noch im Gespräch? Nein! Ist weg! Wieso das denn? Los! Der hat keinen Bock mehr auf uns Stinkt auf die Scheiße Gott! Oh nö! Hat er... Nein, nein, nein! Hau dich nicht! Du blöde Schlampe! Nö! Nö! Junge, wenn ich gehauen werde, bin ich tot Wo ist der denn? Gott! Der schießt nicht auf mich! Der schießt nicht auf dich hinter diesen Viecher! Ich hab Schuss bekommen! Ich bin tot! Hier ist jemand tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Hier ist jemand tot! Mann! Dann shooten wir mal, ne? Party! It's party time! Ihr seid unfair! Wo bin ich jetzt? Ich bin wenigstens in der Nähe Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Alter! Hör mal auf auf mich zu schießen, Mann! Ups! Alter! Ich hab nur noch 8 Leben! Ich hab 5! Siehst du wie verarsch? Unsere Gruppe dezimiert sich gegenseitig! Mich habt ihr von dem Gerüst gestoßen und euch knallt ihr gegenseitig auf! Ey, wir sind halt Pro, ja? Ja, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Absolut! Ich hab ein Sturmgewehr! Äh, was ich gleich wieder brauche ist mindestens ein Sturmgewehr, die Pumpe und meinen großen Rucksack! Das ist doch nicht mehr packbar, ey! Werde ich erstmal von einem Sturmgewehr abgestanden! Ich hab ein Sturmgewehr, aber sonst nix! Ah ja, und meine Pistole und meine 9mm-Harmony! Die bräuch ich eventuell auch noch! Also die hab ich grad! Ich hab nix aufgehoben! Ich hab 6, ne doch! Ich glaub ich hab 6 Pumpgans, kann das sein! Pumpgans? Ich kann meine mal wieder einsetzen, weil das Sturmgewehr ist fast leer! Das wär ne Idee! Weißt du, wisst ihr was wir auch machen könnten? Mich einfach mal ab... Penis! Mich das nächste Mal nicht von dem Gerüst runterkicken! Und mich nicht abknallen! Wer hat mich eigentlich von dem Gerüst runtergekickt? Also ich war der Erste, der drüben war! Ich war der Erste, der oben war! Ich war der Erste, der oben war! Ich war der Erste, der oben war! Sollen wir da oben auf Nico warten, oder sollen wir wegrennen? Oh, da kommt schon das nächste Monster! Super ey! Ich bin gleich am Arsch! Warte mal wo? Zwischen dem Old Burnham liegen es da? Da waren wir ja noch, ne? So verreckt das Mist, find ich! Ohohohoh! Oh Gott, ich bin tot! Er ist tot! Ich bin tot! Also zur Information! Ich bin tot! Ich dachte du hättest grad einen Rage-Squid gemacht! Das hättest ja auch gedacht, als hättest du das Mikro vorweg geworfen! Falsche! Verdammte Scheiße! Jetzt bin ich, ich bin wieder bei euch gespawrt! Also dein Loot liegt hier oben, ne? Schlebt das jetzt auch nicht auf? Doch, heb mal auf! Ich komm da nicht hoch! Ich hab keine Ahnung, wie ich hier hochkomme! Ich hab eigentlich keinen Platz im, 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 im... Dann nimm nur die wichtigsten Sachen mit! So Waffen und sowas! Äh, ich bin jetzt übrigens da! Das heißt, jemand muss mir gleich was abdrücken! Wie kommen wir noch ein paar Waffen von irgendwem? Kannst du denn nehmen? Ey, ihr Muschis, wie komm ich denn jetzt wieder hoch? Wer hat eigentlich mal einen fetten Backpack aufgesammelt? Den hatte ich aufgesammelt, aber... Das, das ist blöd, wenn man das Backpack aufsammelt, hat man das große Backpack an! Das kann man noch nicht mehr ablegen! Nein! Warte, das liegt jetzt eh da! Oh, Mikro! Ja, ich komm jetzt grad nach oben mit dem Messer! Jungs, ich weiß nicht, wo ihr seid! Du musst die Brücke hoch, bitte! Ja, ich weiß noch nicht wo! Seid ihr immer noch da, wo ich eben gestorben bin? Ja, ich steh grad neben dem Loot von... Mann, Mann, Mann! Ich komm jetzt angerannt! Feinde, Feinde, Feinde! Feinde! Mein Backpack liegt da! Hallo! Hör bitte nicht, du Sau! Ah! Hör nix! Ich bin das Schmutter! Au, diese blöde, kleine... Fotze! Fotze, Junge! Das erste, was ich aufnehme, ist erstmal das Geld und die Chipstüte, ne? Nicht erstmal ne Waffe oder so! Erstmal das Geld und dann die Chip... Nee, erst die Chipstüte und dann das Geld! Ja, die Waffen sind ja auch nicht von hier! Junge, würdest du bitte das dämliche Backpack aufnehmen? Ja, jetzt... Okay... Ich dachte, jetzt nimmt er noch die Grim Reaper hier... Ich nehm die... Ich nehm die... Okay... Wo ist die Sau? Unter uns! Ich renne die Brücke hoch, ich renne die Brücke... Oh, der packt dich hoch! Wir hatten die Pistole mit der ganzen Muni hier genommen! Au! Ist jetzt nicht mehr gut, man! Ich hoffe, ich bin auf der richtigen Brücke hier geschießt! Ich bin eben bei Level 12, warum... Neffel ich mich nicht eigentlich ein bisschen? Joa, das hat Vorteile, würd ich sagen! Dürfte ich einmal bitte fragen, wer meine 9mm Munition hat? Denn ich hatte irgendwie 40 Schuss oder so! Also ungefähr 20 hab ich verballert! Wie viel hab ich jetzt? 13! Oh, also 20 sind von mir gewesen! Was? Neun Millimeter hab ich überhaupt nicht! 20?! Wie hast du denn 20 verballert? Ich bin ausgerastet! Oh, ich bin jetzt so tot, Leute! Dann komm doch zu uns, warum bist du doch da oben? Ja, weil das ist die einzig sichere Position für meine Lebensstandards... Ach komm, ich bin eigentlich nicht dann oft die ganze Zeit! Hat noch irgendeiner irgendwie ein Sturmgewehr mit Munition oder so? Also ich bin jetzt direkt über dem Bennett-Part! Komm da wieder hoch, wir waren eben... Diesen... 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 Hat noch irgendeiner 9mm Munition? Oh ne, ne? Doch, ich hab hier... Warte... Der ist genau... Gegenüber vom schiefen Gebäude! Genau, wenn du das Gebäude von gerade siehst, rechts davon! Wir sollten übrigens gegen diese Viecher mehr in Nahkampf gehen! Ja, da bin ich auch drauf! Auf dem großen Gebäude... Wo bist du genau? Sag mir das doch mal! Ei... Direkt über dem Bennett-Park, über dem rechten Bennett-Park! Also das eine so grüne und der andere da ist! Du bist mal eben kurz abkacken! Du bist mal im Bennett-Park! Ich hab gerade zweimal auf ganz geskillt! Auch wenn ich das gar nicht wollte! Das ist gut! Oh, da liegen die 9mm Munition! Bei Bennett-Park... Du meinst bei der... Meinst du jetzt bei dem Park alleine oder bei der Straße-Bendet-Park? Straße-Bendet-Park! Und dann komm doch einfach mal geradeaus runter zum Old! Wer auch immer die Schüsschen da wieder hingelegt hat, ich danke dir! Wettgemacht, Captain! So, wir warten jetzt auf dich und dann probieren wir wieder neues Zeugs zu kriegen, oder? Zeugs, 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 Zeugs! Upple, Ehrennase! Warum das denn? Ich hol dir mal raus, warte! Äh... 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 Das sieht dick aus! Höh! Fein! Warum kreien die alle auf die Zombies drauf? Hau zu doch einfach! Mich erschrocken! Schrocken mich erschrocken! Ich hab nach 19 Sturmgewehr... Warum sagen wir eigentlich die ganze Zeit Zombies? Sturm... Sturmgewehr... Wen sollen wir denn sonst... Muttis? 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 Muttis! Warum hast du... Das ist doch kacke! Ich werde gerade von ein paar Spielen attackiert, aber egal! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hilfe! Hilfe! Ich fall jetzt an zum Ballern! Ja, du sollst zum Schleckenhaus kommen, das ist richtig! Dann Baller mal ein bisschen! Alter! Da waren plötzlich vier Stück! Baller! Baller! Waller! 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 Ich bin jetzt da hochgekommen, wo wir gerade hochgekommen sind! Äh... ja! Scheiße Gegner! Da seid ihr! Ich habe schon wieder zwei... Ich habe schon wieder zwei mal... Ey! Junge ich drück einmal auf den Skill drauf und nichts passiert! Fertig muss ich einen Doppelklick machen und dann skillt er direkt zweimal da drauf! Au! Ich hab nix von dir! Du kannst ruhig weiter reden! Scheiße! Wer steht eigentlich die ganze Zeit AFK? Ja! Julian! Jo, Jan! Ach, du stehst da AFK, tatsächlich! Tatsache! Wo ist mein Loot? Alter! Okay, vielleicht sollten wir jetzt langsam mal hier irgendwie abholen, dass du scheiß bist und hier kann doch irgendjemand einen Crober haben. Ja, 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 ja! Du kannst meine UMP haben, nimm sie dir! UMP? Warte mal, ich glaube... Oh ja, ich hab ne UMP! Wir hatten die ACP, Muni, denn ich glaube, die wird da reingeladen. Ja, die ACP wird da reingeladen. Wer hatten die? Weil ich hatte irgendwie... 20 Schuss oder sowas. Ich hatte voll viel, da sind Tobi alles weg. Wollen wir einfach mal weitergehen und gucken, wie Julian reagiert, wenn wir weg sind? Warte, wir stehen jetzt alle hinter ihn, das wär auch was. Warum steht der denn einfach nur da? Sollen wir ihm vom Leiter hin... Ähm, 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 ähm! Da oben, da oben ist einer! Oh mein! Oh mein Gott! Das sind sogar zwei! Ich glaube, ich hab die beide gerade umgebracht. Kann das sein? Der lebt noch, der lebt noch der eine. Julian ist tot. Ich hab noch drei Schuss, was soll ich machen? Ähm, keine Ahnung, bringen sie um? Mit drei Schuss? Oh Gott! Wer schießen auf uns? Das ist der Spacko, das ist der Spacko, der mich eben gekillt hat. Der geht runter. Die sind noch oben auf dem Dach drauf. Ey, wir sammeln den Scheiß jetzt auf. Komm, sammeln den Mist auf, dass wir schnell was haben. Dass wir schnell abhauen, meinst du? Ja. Alter, oh kacke. Oh Gott, Gegner. Oh Gott, das sind auch viele. Oh nö! Junge, jetzt sind wir voll am Arsch. Jetzt wurde ich umgebracht. Von wem wurde ich denn umgebracht? Fuck, wo sind die Gegner? Ich weiß es nicht. Sammel dein Zeug auf, fuck. Oh fuck, da ist ein Gegner. Ich glaub, da ist der Untergang. Wo kommen die Spacken denn jetzt alle her? Immer wenn wir uns treffen, sind wir tot. Soll ich... schafft ihr das? Niemals, Alter. Der Typ ist ein guter Scharfschütze, der hat mich eben richtig krass gekillt. Fuck, ich hab noch 3 Schuss in der Waffe. So eine Kacke. Hab ich irgendwie jemanden umgebracht? Ich kann den Killfeed nämlich nicht öffnen. Du hast einen gekillt und ich hab den anderen total angehillt. Den hab ich eigentlich gekillt eben. Irgendjemand hab ich grad gekillt, Alter. Du hast Graf gekillt. Scheiße. Ach, du hast mich abgeballert. Oh mein Gott. Jetzt versteh ich das erst. Ich hab die ganze... Ich hab die ganze... Ich hab irgendeiner weggeballert. Mit'm Sturmgewehr. Wo bist du eigentlich hin? Ich? Ich bin gestorben. Nee, hier war noch einer bei mir. Ich bin runtergerannt. Ich konnte nicht mehr. Ich hab fast kein Leben mehr. Hier ist aber gar keiner mehr hier oben. Das war übrigens ein toller Plan. Alle Sachen aufsammeln und dann abhauen. Und du knallst mich bei ner Haufen. Ja, das Problem ist, jetzt liegen hier deine Sachen und ich kann sie nicht mehr aufnehmen. Dann nimm den Rucksack oder sowas. Nee. Oh, fuck. Weil der Rucksack größer ist. Siehst du an wer? Gott sei Dank. Irgendjemand lädt hier grad durch. Ich nicht. Oh Gott. Ich geh davon aus, dass der Typ hier noch ist. Ich hab den dreimal angeschossen. Der ist unten. Der ist unten, glaub ich. Ich bin unten. Hä? Ich komm jetzt nach oben. Ey, schieß mich bitte nicht. Wir müssen da weg. Der denkt wahrscheinlich, wir sind immer noch da. Nee, ich glaub der denkt, wir sind grad weg. Gott, wer kommt hier grad? Nachdem wir hier rumballern wie so ein Beklopter. Ich komm jetzt grad hier auf der einen Seite oben im Messer. Der geht sicherlich davon aus, dass wir weg sind. Nachdem die ganze Zeit... Wo ist Julian denn jetzt hin? Ich bin noch hier. Ich bin noch da. Nur ein bisschen gedeckt. Hier liegt noch so viel Zeug rum. Ich dachte, der Typ wär jetzt hier wieder aus der Deckung gekommen. Hätte mich ungenietet. Jetzt sterbe ich, weil ich kein Essen hab und ich hab nur noch 15 Leben. Scheissdreck. Blut, Blut, Blut! Gib mir mal Leben, ich hab nur noch 15. Ja komm zu uns, wir haben was. Achso, Leben. Habt ihr Mediapacks oder so? Nö. Ja, scheiße. Aber was zu essen. Rennst du da unten mit dem grünen Backpack? Ich hab ein grünes Backpack, ja. Ich ren grad hoch. Gut. Oh Gott, da ist ein Vieh. Ja, da spawnt eins bei dir grad. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist hinter dir irgendwo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauf! Ich kann nicht sprinten. Oh Gott. Komm her, komm her. Du musst es fehlen. Oh Gott, oh! Nein! Scheiße. Warum spawnen das Tag wieder da noch vor mir? Ei, das sind wieder die Nächsten. Vor allem, warum bin ich eigentlich immer derjenige, der am weitesten wegspawnt von uns immer? Sonst war ich derjenige, der am weitesten wegspawnt von uns immer. Oh Gott, ich bin schwirrt. Oh nö, jetzt bin ich nicht der Letzte, oder? Doch, du musst alles aufsammeln, alles retten. Das geht nicht. Vor allem nicht bei dem Shit, der hier abgeht. Da muss wo bist du, wie du spawnen? Äh, wait a second, Switch. Nimm erstmal, genau. Hier liegen zigtausend Waffen. Ich nehme erstmal das kleine Backpack mit. Und ein Messer. Ich verstehe nichts, nie guckwasselt. Randolph Market ganz links, da. So eine schräge Straße. Ach, da bin ich auch. Saugeil, wo denn? Randolph Market, ich bin eine Straße weiter vom Park. Also, da ist der Park, dann irgendein Hausabblock und da ist die Straße, wo ich bin. Okay, also ich bin auf dieser schrägen Straße, die so schräg rechts runter läuft, da. Ach, da. Ja. Oh Gott. Seh ich genauso. Alter. Das hat richtig weh gedacht. Wenn ich daraus keinen Remix mache. Das machst du nicht. Ja. Wuh-Uahh. Natürlich mache ich daraus n Remix. Und mein Rom. Wuh-Uuh-Uuh-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah-Uah. Okay. Kannst du deinen Kanal-Intro-Song ja so machen. Ich kann's aber auch, äh, seien lassen? Ja. Eventuell, ne? Wow, ich hab grad null Shotgun-Shells aus der Pumpe rausgeladen. Schiet. Ich hab 20 Dollar gefunden. Jetzt kaufst du dir ein neues Computerspiel. Schauen wir jetzt erstmal ein paar Pornos. Okay. So, ich muss leider eine Pumpe hier lassen. Oh Gott, hinter mir ist ja noch mehr. Die kann so viel nicht mitnehmen. Treffen wir uns am unteren, unteren, am unteren Ende der Kreuzlung. Boah, was? Der Kreuzlung? Ja, Alter. Ich werd hier grad vom Spiel getrollt. Ich werfen die Waffe weg. Und, äh, Visier eine andere Waffe an, um die zu nehmen. Was nimmt der genau die Waffe, die ich weggeworfen hab? Wenn ich gleich in den Keller hol mir Würstchen und esse die dann ganz heimlich. Junge, jetzt aber mal chicken hier, Mann. Oh ja, Alter, so richtig fettes Chicken-Hühnchen. Ich werd hier ge- ich werd hier geowned von nem Baum, was geht denn? Junge, ich wollte ihm nur die Folge beenden, dann sterben die alle. Da war einer auf der Brücke, den hab ich gerade gesehen. Jetzt werd ich hier geraped. Warte, ich geh noch in den Shop, da ist noch was. Da ist einer mir hinterhergegangen auf der Brücke. Bleib am Leben. Ich wohne noch Zigaretten mit, die helfen mir mal. Wo seid ihr ungefähr? Äh... Komm, wer auch wieder da ist. Wo bist du denn? Sag mal bitte. Bist du über ne Brücke gerannt gerade eben, Julian? Ja, erstmal der Small Backpack, das ist ne gute Sache. Rennt ihr da unten? Was ist denn das für ein Spieler da hinten? Dann halte ich mich von dem Fern, Alter. Das geht gar nicht. Ich spiel jetzt bei dem fetten Truck vor der Brücke. Rennt ihr zufällig da unten? Ich seh den fetten Truck nicht, ich seh den nur so guten Shop. Ich bin bei der Tankstelle. Ach doch, ich seh den fetten Truck. Bei Old Burnham oder wie das da heißt. Ich kann leider nicht mehr aufnehmen, auf dem Dach liegt noch ordentlich wat. Aber ich wieg zu viel. Das wusste ich schon immer. Ich bin zu fett. Okay, der war flach. Oh mein, der war nicht flach. Wo bist du denn? Ich bin beim Truck. Hä? Oh Gott. Fuck. Scheiße. Fuck. Oh Gott. Nee. Oh. Ich greife das an. Ich muss jetzt übrigens leider die Sachen hier liegen lassen. Ich drehe mich um und dann steht der einfach hinter mir. Oh Gott. Die Scheiße ist ja, ich war grad eben Level 13. So, Pfeffen. Pfeffen. Pfeffen? Ich hab mich angeschnipst. Glaub ich. Da oben liegt doch irgendwas. Penis. Wie zu schwer, Junge. Ich hab doch grad genau diese Waffe weggeworfen. Wie kann das jetzt zu schwer sein? Das ist wieder zurück, da war, da ist ein anderer Spieler irgendwo, wo du rennst. Der ist ein Penis. Der hat eine Waffe gelang. Der ist schon in dem Leben gelang. Oh, das war auch ne Lehre. Hallo! Ich komm grad irgendwie nicht mehr auf ein Inventar klar. Sei doch froh, dass es voll ist. Wär ganz gut, wenn mal einer von euch hier nach oben kommt und mir hier ein bisschen was abnimmt. Wir kommen jetzt mal zu zweit zu dir. Das wär ne konkrete Sache, Junge! 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 Sprint! Ich krieg's dir gleich ein Messer im Popo. Nee! Du bist ja im Boden geklischt, weswegen. Halt mal nicht! Die Sachen verschwinden jetzt gleich, ne? Also, gib Stoff hier! Junge! Halt die Backen hier! Mann, Mann, Mann! Ja, die Sachen verschwinden. Ist ja schlimmer als auf einem Euro-Laden, ey. Die Sachen verschwinden jetzt alle. Nee, kann nicht sein. Doch, das kann sein. Dann lass doch, wenn die Wechseln, dann lass doch die Backen. Wer schießt ja von euch? Ich schieße. Weil ihr mich ja allein gelassen habt. Schießt du damit mit nem Gewehr? Wenn ich sage, ich schieß damit, dann ja. Ich weiß ja nicht, was du für ne Waffe hast. Ich hab eigentlich irgendwie mein Sniper gefunden. Ich hab so ziemlich alles, was wir hatten. Also von allem eins. Einmal auf Plus, einmal auf Peace. Plus, 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 Plus. Einmal auf Blues. Und einmal auf Blues. Und dann den Blues. Ich habe jetzt drei Perks. Und ihr seid alle gay. Und wir sind alle gestorben. Ha, gay. Gay. Kloppa Bier. He can win. Ist euch schon mal aufgefallen, dass das Einzige eigentlich, was wir in den letzten eineinhalb Stunden gemacht haben. Ist sag mal, dass wir jetzt alle wieder verloren haben. Ja, geil. Ich komme jetzt gerade übrigens ein bisschen runter. Ist wie in Minecraft. Oder so. So. Hä? Minecraft? Ja, du sammelst alle Scheiße. Willst ein bisschen Monster klopfen, regst ab und hast nichts mehr. Ja, aber Minecraft kannst du bauen. Ja, das ist auch wieder da. Kannst du hier wahrscheinlich auch mit nem Mod school. Dann hast du... Guck mal, die Brücke hat ein Gesicht. Los. Da achtet er aber drauf. Naja. Aber ich habe immer das Gefühl, ich komme mir vor wie in Warzy. Nur mit geilerer Grafik und schönerem Spiel. Mit geilerer Grafik würde ich bei mir nicht sagen. So viel Scheiße, wie ich hier ausgestellt habe. Ich kann ja hier auf High spielen. Ich habe da keine Probleme. Ja, tue ich ja auch. Aber die ganzen Filter, wenn ich alle Filter reinkloppe. Katastrophe, Junge. Junge. Oh, was stöhnt der Typ immer so beim Rennen? Stöhnt der Schwarze noch anders? Nein! Ich weiß nicht, vielleicht stöhnt er länger. Meiner macht immer... Meiner macht immer so... Peng. Ich habe keinen in die Tasse gehauen. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwie so in einem Industriegebiet hier. Ich bin in der Tanke. In der Tanke? Ich war die Ewigkeiten. Wir sind jetzt über der Tanke. Ich bin tot. Junge, der hat... Wie viel Leben hat er mit einem fucking Schlag geklaut? Zwei. 400, 600... Ich glaube, er hat 600 Leben und hat mich mit einem Schlag umgebracht. Wo denn? Die Kavallerie kommt hier ohnehin weg. Das war Daniel Buzic. Jetzt haben wir offiziell gar nichts mehr. Wir sind jetzt ganz arm dran. Nee, wir sind grad hier und looten alles wieder. Scheiße, ey. Tut ihr das? Ich würde jetzt aber auch mal sagen, weil das jetzt irgendwie schon drei Folgen in einer Folge sind, die ich wieder geschnitten habe. Wie so'n voll... Homo-Omo. Oder Omo-Homo. Oder ein Ömmelbrümel. 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 Ich weiß noch nicht, was ein Ömmelbrümel ist. Ich krieg's nicht in die Sniper aufzuheben. Ich will schießen. Ich bin ein bisschen weit weggespawnt. Gespawnt. Na, wie gesagt. Ich würd mal sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen, wenn wir wieder probieren, unser Zeugs wieder zu kriegen. Zum Beispiel ich mach hier den ersten... Let's Gammel. Den ersten Weinstein setz ich jetzt gerade. Let's Sammel. Let's Gammel. Ich hab Pain Pills. Pills here. Ich hab meine Sniper nicht aufgeben. Let's chill out. Ich will schießen. Du hast meine Übersniper nicht mitgenommen. Meine Überschatten nicht mitgenommen. Ich will schießen. Da ist alles wirklich hinter mir verschwunden. Du hast meine Übersniper im Moment da. Ich konnte vier Waffen tragen. Und da lagen dreimal so viele, die ich tragen konnte. Die Seele. Du hast mein Sniper im Moment da. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und... Tschüss. 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 Hallo meine Lieben. Hier ist der Bearbeitungsgraf. Wie immer. Den gab es ja bei methodemire des öfteren. Ich wollt mich nur bei euch bedanken dafür, dass ihr dieses Lets Play geschaut habt. Es ist nicht zwangsläufig zu Ende. Es ist nur momentan zu Ende, denn wir haben keine Folgen mehr. Und wir waren ein bisschen viele. Und zwar ein bisschen viel von, wegen, äh, wir sind nicht off online und sehen uns nicht oft. Aber wenn ihr unbedingt mehr davon wollt, dann spammt doch einfach mal die Kommentare voll wie die Bescheuerten. Diesmal ist es ausnahmsweise erlaubt, denn dann sehen das vielleicht die anderen Spacken, denen kann ich das dann zeigen oder ich frage die einfach nochmal. Dann können wir nämlich neue Sachen davon aufnehmen und werden wahrscheinlich wieder, ich würde gerne sagen den Tod von der Schippe springen, aber eher dem Tod auf die Schippe springen. Oder der Tod verprügelt uns mit der Schippe, das könnte wahrscheinlich eher passieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch dass heute mal eine etwas längere Folge da war. Ich wollte den Rest nicht noch zusammenschneiden, sondern wollte euch dann einfach doch noch irgendwie alles auf einmal geben. Wenn auch alles nicht ganz pünktlich ist, tut es mir leid, aber Nether ist sehr groß, sehr groß. Wahrscheinlich habe ich hier wieder mit 5 Stunden Upload-Zeit gekämpft oder mehr. Naja, euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr, auch wenn heute schon wieder der siebte ist, eine Woche her. Trotzdem können wir immer noch genießen. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim nächsten Let's Play oder wieder bei Let's Play Nether. Je nachdem, was ihr haben wollt. Let's Play together, Nether, ja? Muss ich auch irgendwie reimen. Bis dann, meine Lieben. Haut rein und ciao. Bis dann, meine Lieben. Bis dann, meine Lieben. Bis dann, meine Lieben. Vielen Dank.